Hallo, herzlich willkommen an Bord, euer GamerTV Marvel, ich bin gerade in GTA 5 unterwegs und dann können wir anfangen, viel Spaß beim Zuschauen. GTA 5, Polizei, yeah, los geht's. Hey, Lama, los, hinterher. Wir müssen ihn aufhalten, Jungs. Ja, erster Auftrag erfolgreich. Oh, den Hilfen habe ich reinbekommen gerade. Schnell hin. Los, nein, hinterher, Jungs. Los, nein, hinterher, Jungs. Wir müssen versuchen, den irgendwie anzuhalten. Stehen bleiben, hier ist die Polizei. Stehen bleiben. Ey, Junge, überfarm mich schon nicht So, erledigt Ja, Leute, was macht ihr noch so heute? Heute auf dem Montagarm Zocken, oder was macht ihr so? Oh Demnächst mal habe ich reinbekommen, Leute Oh, weggegangen Na dann fahren wir mal da hin Machen wir mal die Sirene aus Die Sirene Motorradfahrer, oder was war das da? Meine Güte, ne, ist der schnell Unterwegs Stehen bleiben Stehen bleiben Ey, überfarm mich nicht, du So, haben wir das auch schon mal geschafft Ja, es wäre echt nett von euch Wenn ihr mich unterstützen könnt Mit einem Abo und einem Daumen hoch Euer GamerTV Marvin Ja, haut rein Bis zum nächsten Mal Es kommen noch weitere Folgen von mir raus Mit Polizei Ja, dann Tschau, bis zum nächsten Mal Tschau, tschau 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 Tschau